Wie misst man eigentlich den elektrischen Strom? Viele Multimeter haben für die Strommessung zwei rote Buchsen. Die eine ist für geringere Stromstärke im Milliampere-Bereich. Die andere ist für einen höheren Strom im Ampere-Bereich. Zum Beispiel 20 Ampere. Bevor du also den Strom messen kannst, musst du dich mit der Stromaufnahme deines Messobjekts vertraut machen. Im Zweifel gilt, beginne mit der größten Einheit und taste dich an die kleineren Werte heran. Um einen Strom zu messen, wird das Multimeter grundsätzlich in Reihe in den Schaltkreis integriert. Man geht wie folgt vor. Verbinde als erstes die schwarze Messleitung mit der COM-Buchse deines Multimeters. Die rote Messleitung wird dann mit der jeweiligen Ampere-Buchse verbunden. Deine schwarze Leitung ist für den Minuspol und die rote für den Pluspol. Stelle dein Multimeter auf den korrekten Messbereich ein. Achte dabei darauf, ob du Wechselstrom oder den Gleichstrom messen möchtest. Um nun den Strom messen zu können, muss die Schaltung aufgetrennt werden. Du kannst die Unterbrechung jetzt mit dem Multimeter überbrücken. Es handelt sich also um eine Reihenschaltung. Jetzt wird dir die Stromstärke auf dem Display angezeigt. Wenn dir dieses Video gefallen hat, würden wir uns sehr über ein Like oder ein Abo freuen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Everybody beiniget тебе. Whoa. Da! pea-%,ott-